Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, weil die Ines, die kann den Geruch von Knoblauch nicht ab und deswegen koche ich heute mit meiner Mutter So, ich würde sagen, ihr zeigt jetzt den Zutaten, wie ihr das so zubehaltet und dann zeige ich noch meine Variante ohne Knoblauch, oder? Ja Aber jetzt erstmal wirklich eine Schüssel Eine Schüssel, genau, eine Schüssel musst du jetzt holen Auf jeden Fall Ich habe schon eine Rüge gekriegt vom Mutti, es muss eine Schüssel her Also, wir brauchen heute Kartoffeln, Knoblauch, Schnittlauch, Kräuterquark oder Frühlingsquark und Büxenmilch, Salz und Folie Da ich ja kein Knoblauch esse, bereite ich die Folienkartoffeln zu mit Cré-Fresh, Kräuterquark und Zwiebeln Fangen wir an Wir brauchen pro Päckchen Frühlingsquark zwei Knoblauchzehen Und ich mache jetzt einfach hier aus dieser Knoblauchknolle die Zehen raus Wird das jetzt kleingehackt sein, oder wie machst du das? Nein, der Knoblauch kommt gleich in eine Knoblauchpresse Ganz wichtig, weil als kleingehackter Knoblauch wird der zu intensiv und schmeckt dann vordergründig Das wollen wir also nicht, also wird der gleich gepresst Man riecht es aber schon Ja, und das ist ja gerade der leckere Hier riecht es gerade nach Knoblauch, ich finde es sehr unangenehm Aber er ist sehr gesund und deswegen wollte ich euch auch mal einen Clip zeigen mit Knoblauch So, und nun haben wir die Knoblauchzehen schon mal fertig geschnitten Das kann jetzt alles hier weg Und ich tue jetzt den Quark in diese Schüssel So, und nun machen wir den Knoblauch in den Quark rein Und haben die Schälchen noch aufbewahrt, weil wir nicht den ganzen Knoblauchzehen benutzen Sondern wir pressen den jetzt, wie gesagt schon Der kommt jetzt hier so rein So, wenn wir den gepresst haben, nehmen wir einen Küchenmesser, machen das ab So, und der Rest dieses Knoblauchs, den benutzen wir dann nicht Der wird dann weggeschmissen So, weil das, das würde dann nämlich jetzt hier alles zu viel werden Und dann ist eine Spezialknoblauchpresse, die die in das hat So was tolles haben die aber eigentlich So, das heißt, den Rest tun wir jetzt hier weg So, dann kommt die nächste Zack Zack Das ist ja schon alles spannend, was die beiden machen Und jetzt tun wir da Kaffeesahne oder Büchsmilch rein Ja, die Mama rührt um und durchschüttet es, okay? Ja So, jetzt nehmen wir Mama ein bisschen rum Also wir nehmen erstmal noch nicht zu viel Und jetzt muss da Salz rein Aber das sieht gut aus Jetzt kommt zum Schluss nur noch eine Prise Salz Und da nehmen wir dann bitte nicht so viel Weil sonst ist der ganze Geschmack dahin Ja, und ich wüsste mal gern, wie er zu geht Ja, die hat so tolle Sachen, die Ines da kommen wir rein Ja, dann musst du einfach so rumkippen Ja Und jetzt drehst du hier einmal Ja So viel wie ihr möchtet Ja, aber das ist auch, es kann viel unten rauskommen So, jetzt guckt, jetzt dreht oben und dann schaut ihr, was unten rauskommt Seht ihr das? Ja Ja Ja, das sind Salzkristalle Ja So, ich würde dann auch schon aufhören Mach es, ist gut Lecker Mh Lecker? Mh Super lecker Der Kräuterquark ist jetzt fertig Aber der Kräuterquark nützt uns nichts, wenn die Folienkartoffeln noch nicht fertig sind Die haben wir in Salzwasser 20 Minuten vorgekocht Wickeln wir jetzt in Alufolie ein Dann kommen die in den Backofen, den habe ich auf 225 Grad vorgeheizt Bengi, machst du das? Okay Aber ich kann ja nie abbrechen Okay, man beginnt hinten, besser reinstechen und dann so weiter, weiter, weiter bis zum Schluss Und dann aufhören So, jetzt können wir die schon ein bisschen auseinanderklappen Dann nehmen wir die Folie und dann wird das nur so gemacht Die wird also nicht komplett eingewickelt, sondern die wird so drumrum gemacht Und dann kommt die so in den Backofen Fertig Ich würde sagen, wir probieren jetzt mal so eine Komplett eingewickelte, ohne eingeschnitten und so eine Vermahlung Die ersten könnt ihr mal rein Die Zestkartoffeln und die Vermahlung Aber nicht durchschneiden, die Zestkartoffeln ist auch wichtig Okay Ja, das ist gut Was soll ich denn mal machen? So Ein Becken Zubereich, da mein Liebes Ist ja Ja Und ich mach die an Die beiden haben Spaß Wir machen die jetzt nicht verdammt, sonst trocken die hier wahrscheinlich aus Die Melli vermüllt jetzt den Kräuterquark mit Creme Fraiche und bisschen Zwiebel In der Schüssel Frisch Genau Das ist so krass Genau Das ist so krass Ja Das ist so krass Aber nicht so zimmerlich Ne? Man kann ja immer noch Salz nachholen Ja eben, da kann man ja gleich kosten Ja So, die können ja dann bleiben Genau Die bleiben Okay Und dann brauche ich mal ein Messer Ja Probieren wir mal an Andy Ja Habe ich mal gespannt Oh ja Ja Auch sehr lecker Auch sehr lecker So kann man es auch machen Schmeckt auch? Schmeckt auch, prima Die Folienkartoffeln sind fertig und jetzt holen wir die raus So, wir hatten ja vorhin schon die Folienkartoffel eingeschnitten, somit haben wir es jetzt leichter Da kommt dann unser super lecker Quark rein So Und noch ein Löffel und so viel wie man möchte Der Quark sollte in die Kartoffel und nicht daneben Ja Früher im Osten haben wir in der Schule Essen bekommen Und da gab es montags meistens Leberwurst, Saugurken und Kartoffeln Ich nehme jetzt meine verpackte Kartoffeln Die gebe ich jetzt aus Die schneiden wir jetzt auf So, und da kommt jetzt meine Soße rein Ohne Knoblauch mit Zwiebeln Mit frischem Schnittlauch Ich habe ja die Knoblauch-lose Variante Mmmmm Lecker Vor allem Guinness und Zwiebeln Das seht ihr ja jedes Mal in den 69 Videos Ich liebe Zwiebeln Und ich liebe Knoblauch Sehr lecker So, das war wieder unser Essen für euch Und ich habe mich sehr gefreut, dass Mandy und die Mutti da waren Und wir konnten euch die Folienkartoffeln zeigen Mit Knoblauch, ohne Knoblauch und 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 wir hoffen ihr kocht nach Und bis demnächst eure Ines Und eure Mandy Und ich Tschüss 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 Tschüss